so und damit seid grüßt meine lieben Zwerge Gnome Hobbits und in einem neuen Part Summer in Mara mit dem Zwergen Fürst ja ähm es ist ein Weilchen vergangen seitdem ich die letzte Summer in Mara Aufnahme gemacht habe ja ok hier haben Leute die am Steg stehen vielleicht können wir mit denen reden immerhin keine Kette für diesmal und das alles nur weil sein Vater ihm gesagt hat dass er nie ein Bauer wie wir werden wie er es werden würde ok ok ich weiß nicht ob ich auf dieser Insel schon war ich habe eventuell auf screen schon ein zwei Inseln freigeschaltet hier sind wir auf der Insel der laut drehenden Töpfe sich von selbst bewegenden Töpfe ich weiß nicht ob wir die entsprechen sollen damit die Hacke zerkloppen sollen ja es war zwischendurch noch eine Sommerpause ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen hier ich muss jetzt mal klarkommen mit dem Spiel ja ok ähm wie sieht es denn mit dem Inventar aus ähm ich meine mit den Quests jetzt wir mussten doch bestimmt unterwegs einiges machen ach da steht mein Headset macht sich leiser böses Headset ich spreche mit Aquila für den nächsten Auftrag was ist denn jetzt die Sardinenfang die Hauptquests wie sieht das denn jetzt aus wie sieht es jetzt mit der Hauptquests aus wir haben jetzt einige Nebenquests ja was ist jetzt die nächste jetzt muss ich erstmal wieder herausfinden wie ich wenn ich die Quests steuere wie ich hier wenn ich mir Seite 2 und 3 angucke ich hätte nicht so eine große große machen müssen irgendwie ging das doch hm naja erstmal auf den Kutter wieder drauf ok na komm jetzt ist doch gar keiner das ist doch gar nicht so ein Problem hier mal drüber zu springen den Küken haben wir wieder auf den Kutter drauf das müssen wir jetzt nicht machen obwohl wir vielleicht mal angebracht unser Tank ist schon fast alle so ok kann man wohl das Inventar nicht öffnen 60 ok machen wir es einmal einmal fürs Display dann nie wieder ein Abschlepp von nach Penis machen wir Errungenschaft gibt es dafür sogar ein Kaleb help ok ok na dann einmal das Boot verlassen einmal müssen wir es gemacht haben so können wir hier vielleicht ein paar Nebenquests anledigen oder mit der Hauptquests weitermachen ich glaube für die für die Madame oben im Turm sollten wir einiges machen haben da haben wir einige Requests zu erledigen hm Set 1 von 3 ok dann haben wir unsere Klamotten wie war das nochmal mit den Feldtasten nicht ah ok so geht das bau eine Mine ja das haben wir noch nicht herausgefunden wie das funktioniert irgendwas sollten wir doch noch für die war da nicht noch was 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 für die Lady machen können fange eine Sardine und bringe sie zu Luchen mach weiter mit den Aufträgen von Qua um fortzufahren spreche mit Acryla das können wir gleich machen sammle etwas Metall damit die Messer ok das können wir A waren das können wir schon machen noch ein paar Reisbuchen das hat irgendwie nicht funktioniert das letzte Mal Sammle etwas Holz und Stoff dann müssen wir Stoff und noch Stoff herstellen für den Bram ok Mario machen wir den Aufträgen von Moon weiter ähm das würde ich nicht jetzt Quest Lock wer war noch gleich mal Moon mit dem Aufträgen von Moon weiter mit dem Aufträgen von Moon weiter ok ok nun bringe ich nur ok ok als erstes müssen wir wohl mit dem mit dem Kollegen sprechen mit dem in seiner Villa oder vielleicht hat der ein bisschen was vielleicht nicht Hauptquests mäßig ist aber vielleicht hat der eine Aufgabe die uns weiter bringt ja letztendlich müssen wir alle Zeitquests irgendwann an die Degen aber ja da wo wir weiter kommen wir wollen vor allem ein Abenteuer vorankommen ich muss auch noch mal zum Leuchtsturm hoch und da mal da mal reden ähm danke dass du mir den Gefallen getan hast ich habe so viel zu tun ok haben wir jetzt die Quest schon abgegeben wie sieht das aus war es das schon ok ok sammle etwas Metall damit die Messer Avance ok haben wir doch oder wir müssen doch jetzt ähm ok er sagt danke für den Gefallen aber hat es noch nicht angenommen blöde Fliege hier blöde Fliege hier hier fliegt eine Fliege hier rum ah es nervt mich die ganze Zeit ich habe das Metall dabei das du für die Messer haben wolltest wird das funktionieren? ja damit werden wir die Messer wieder ordentlich scharf kriegen Avance ist zu sehr mit seiner Arbeit beschäftigt keine Sorgen alles ist gut das Restaurant wird ein voller Erfolg werden Mario Mario schau her ich habe die perfekte Balance zwischen Ei und Öl gefunden es funktioniert wir haben nichts anderes erwartet hier guck mal kostet es auch einmal hm ich liebe Spiegelei 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 erhalten Ei 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 Spiegelei so und was nun wir haben Tinte die haben wir nicht brauchen wir Tinte für Wasser für Aquila Aquila ja mit dem reden wir gleich ok der sagt wir müssen mit den anderen Aufgaben weitermachen Rücken kratzen so mich hat es gerade am Rücken gejuckt musste mich kurz kratzen musste mich kurz kratzen das hat mich gejuckt euch juckt es nicht aber mich hat es gejuckt was was ein schlechter Witz das ist so na dann wollen wir mal mit dem Experten hier reden Aquila weißt du irgendwas über die Tempel von Mara ist es auch so uninteressant so viel steht fest ihre Architektur ist außergewöhnlich weißt du etwas über ihre Geschichte um ehrlich zu sein darüber weiß ich nicht sehr viel es gibt jedoch ein Buch das sich die Geschichte der Tempel beschäftigt ich habe den Namen vergessen aber ich erinnere mich dass es eine Spirale auf dem Umschlag hatte ich glaube ich habe irgendwo ein Buch mit einer Spirale gesehen na klar bei Saimi fahre Saimi nach dem Buch mit einer Spirale auf dem Umschlag na sag ich doch hier geht es doch weiter da müssen wir wieder hoch im Löchsturm und dann kommen wir da bei den Tempeln weiter ja das scheint doch hier die Hauptquest zu sein dann kommen wir hier voran die Nebenquests die möchte ich jetzt gerne mal vernachlässigen und das was mich jetzt nicht in der Handlung voran bringt oh was machst denn du hier Hallöchen Fink wie konnte das nur passieren unsere Stationen sind perfekt ach so der ist noch traurig dass er mir nichts verkaufen konnte und wie war das mit ihm so entreten Saimi könntest du mir ein Buch leihen oh es freut mich dass du dich für die Elternschriften interessierst es ist für Aquila er hilft mir bei einer Sache Aquila der Elite er ist sehr ernst und ein wenig hochnäsig wenn er ein Elite ist will er bestimmt etwas als Gegenleistung ich glaube er wünscht sich nur etwas Gesellschaft wir werden sehen Spiral Buch sehr gut scheint er doch nur eine Nebenquest zu sein oder doch nicht werden wir ja mal sehen scheint zumindest etwas über die Tempel zu sein ich glaube ich brauche mal in der Story um voranzukommen so dann mal zurück zum Elite gut hier mal hinein hier hast du das Buch vielen Dank mein Kind ich muss es erst in Ruhe lesen danach kann ich dir mehr erzählen okay dieses Anwesen ist viel zu groß für dich alleine ich komme gut alleine zurecht ich habe meine Familie auf Deva zurückgelassen meinem Heimatplaneten hier kann ich in Frieden leben ich bin mir sicher dass das Wetter hier besser ist als auf Deva ja das ist es wirklich obwohl ich Regen vorziehe was für ein komischer Kauz ich ziehe Regen auch irgendwie vor da kann ich ja das ist besser für Gaming für Gaming das Regen doch das Wetter besser es ist ja geämpter hast du schon etwas durch das Buch herausgefunden? noch nicht nein hast du nichts anderes zu tun? ja ich hatte Lust vorbeizuschauen wie sieht dein Zuhause aus? ich wohne in einem winzigen Haus es würde bestimmt ohne Probleme in eines deiner Zimmer in deinem Anwesen passen dann sollten wir einen Hauch von Eleganz verleihen wie findest du meine Statuen? sie sind wirklich schick es sind Kopien von Statuen die der Marine gehört haben pass auf ich gebe dir eine der Statuen als Dekoration für deinen Garten wenn sie dir gefällt kannst du jederzeit zurückkommen und weitere Statuen kaufen das ist sehr großartig eine elegante Statue die können wir ja gleich mal aufstellen Verschönerung für meinen Garten ach da sind solche Statuen hier das finde ich ja super kann unsere kleinen Insel mal ein bisschen schöner werden ich muss jetzt auch mal zurück zum Boot und dort mal schlafen gehen oder warte ich habe doch hier einen Schlafsack mit dabei mittlerweile müsste das doch benutzen wie eine kleine Raupe müsste doch funktionieren so wie sieht es bei den Quests aus die kuriere deine Insel mit einer von Aquinas Statuen das ist doch die ist doch die Dame die Madame so ok dann machen wir das mal warum nicht was anderes habe ich sowieso gerade nicht die anderen Aufgaben sind eh gerade wir müssten gerade irgendwie auf Eis legen so dann mache ich glaube ich mal einen kleinen Schnitt zurück auf die Insel damit ihr hier nicht den ganzen Weg sehen müsst sehen wir uns wieder auf der Insel ein neues Tier die bis auf der Insel ja sehr schön ein paar Küken mitbringen das ist nicht schlecht ein bisschen auf die Insel bringen so bei der Gelegenheit auch gleich mal den Tank auftanken und was essen so was können wir denn hier essen auch noch genug sehr gut können wir auch einpflanzen mich der Spiegel vermutlich nicht hier ist der Kükenstelle so was können wir hier einpflanzen san oh Sonnenblumenkerne Rübensamen das machen wir doch direkt mal wild durcheinander Sonnenblumen alles was wir anpflanzen können tun wir so zwei zwei Tomatensamen anpflanzen so ach Küken laufen wir ja nicht unter die Hacke jetzt gibt es Chicken Wings die laufen hier frei herum ach das folgt mir ich hab kein Essen für dich ähm ja sehen möchte ich hier einmal Rübensamen ich weiß nicht ob das zu irgendeiner Quest mit dazu gehört zu einer Zeitquest aber ja so ich glaube hier könnten wir mal eine von den Statuen hin platzieren so die haben wir bestimmt auch irgendwo im Inventar Statue ok haben wir nicht wie können wir sie platzieren Fackel Silber Hammer ok hier eine ganze Statue na dann wo warten wir da müssen wir vielleicht eine Werkstatt tun oder mit dem Hammer eine elegante Statue bauen ähm ne tun wir mal hier so an der Seite oder ist hier vielleicht nicht vor direkt von den Stein aber vielleicht auch hier neben die Hütte ja hier so oder nicht direkt neben den neben das Fels sondern hier so an den Zaun warum nicht sehr schön die Statue sieht wirklich hübsch aus das ist ein neues Bauern der Messe Zaun ok können wir auch gleich Zäune drumherum bauen Aha das sieht aber jetzt anders aus als wie es im Inventar aussah Zaun da brauchen wir Nägel für wie tun wir Nägel machen ah jetzt weiß ich wie ich eine Mine mache da brauche ich Holz und Seil für das mit dem Seil ist jetzt ein bisschen und wie wir Seil herstellen das ist auch eine wichtige Quest gewesen Seil herstellen da brauchen wir Faden für Faden stellen das Baumwolle her Baumwolle haben wir noch nicht angepflanzt ok hier ein bisschen noch Wässern damit wir bald ernten können das noch Baumwolle Samen kaufen so sieht's aus na dann erstmal zurück zurück nach Quilis das müssen wir jetzt nicht skippen aber ich schneide es euch trotzdem raus achso der Treibstoff wollte ich vorher nochmal bevor ich das rausschneide also hier eben zur Treibstoffkülle hier die müsste doch dort hinten sein hängt am Bergwerk hier mal durch gesprintet ich denke jetzt kommen wir auch in der Hauptstadt hier wenn wir hier zum Elite gehen und daneben sagen dass wir eine Statue gepflanzt haben ja Statuen pflanzen ganz genau hilft der uns dann weiter hinterher so sieht doch nicht schlecht aus ja hier ein Foto wollte ich nochmal ein kurzes Foto immer hier noch ein hübsches Foto hin gut ein paar Screenshots machen für das Thumbnail immer schon an das Thumbnail dran denken so und jetzt geht's zurück nach Quilis wo wir uns die nächste Mission abholen na auf geht's bis gleich in Quilis so zum Elite wollen wir ganz schnell mal hier über den Platz laufen mal ein bisschen sprinten heute wird viel gesprintet das war uns von dem mal die nächste so Sache abholen hops 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 ich bewege mich hopsend voran ist ja effektiv kommt sehr schlecht voran wenn man nur hopst so auf zum Elite vielleicht können wir doch gleich noch ein paar Statuen kaufen wo sie nicht allzu teuer sind guck kannst du für mich eine Inse südlich von hier besuchen aber gerne noch es ist eine farbenfroh unbewohnte Inse mit einem Vulkan ich benötige ein seltenes Metall das nur dort zu finden ist ist das ein magisches Metall Nein nein es ist nicht magisch aber wertvoll ich denke darüber nach eine Büste von mir anfertigen zu lassen als mein Vermächtnis verstehst du was ist ein für eine Mächtnis etwas für die Zukunft für zukünftige Generationen damit man sich an mich erinnern wird warum ist das so wichtig vergiss es bringt mir einfach etwas von diesem Rohmaterial das haben da einige Brücken des merkwürdigen Metalls für Aquilas Vermächtnis ok das gibt es auf der Vulkaninsel da waren wir schon ich glaube im letzten Part waren wir zum Ende dort ich kann auch mal auf die Karte gucken die nicht hier ist sondern hier ok hier ist die düstere Insel hier Vulkans schwarzer Vulkan da müssen wir hin oh schnelle Reise schwarzer Vulkan haben wir noch so viel Geld haben wir sehr gut investieren wir das so ops das ist aber auch ein großer Abzocker der mein lieber Herr hier wie hieß er der blaue der uns hier gerade das Geld für die Reise hier abgezogen hat die schnelle Reise so ich glaube das ist hier das was wir abkloppen sollen ich brauche einen besseren Hammer natürlich erzähl mir nicht wir müssen uns erstmal einen besseren Hammer besorgen bevor wir die Quest erfüllen können oder was ist los Quest ja da sind wir schon richtig es ist diese blaue 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 Kristall ist das vielleicht das Falsche was ich habe dann müssen wir da vorher erstmal wirklich eine verstärkten versteckten Hammer besorgen das wäre ja nicht so toll merkwürdigste Metall im Rohzustand das sieht doch merkwürdig aus oder du bist ja auch du bist ja auch du bist ja auch einer hier na komm hier können wir dich vielleicht abbauen ne das ist nur Eisen hm wo finden wir denn das merkwürdige Metall können wir es dann abbauen ist die Frage ok hier nur Stein ach wir müssen uns erstmal ja das ist dieses Metall hier bauen wir einen besseren Hammer für kriegen wir jetzt einen besseren Hammer das ist doch blöd ok also erstmal zurück zum Schiff dann schauen wir mal wie wir unseren Hammer verstärken es muss doch irgendwie gehen da vorne ist unser Schiff so zurück zur Heimat Insel dann hopps einsteigen ja dann hat sich die Schnellreise ja gelohnt kommen wir später nochmal wieder ok da ist eine Fahne offen das ist ein Bildschirm auf der Map das soll wahrscheinlich die Insel darstellen das soll zur Insel sollen das überdreht bei einer Insel ok tauchen da brauche ich eine Tauchbrille ist klar ok das ist eine Fahne ja das heißt da brauche ich für eine Quest muss ich mir auch noch Tauchbrillen besorgen ja gut ich glaube wir müssen einfach nur nach Norden fahren Quergang Insel wir waren ja ganz südlich beim Vulkan und nach Norden fahren sind wir sofort bei unserer Heimat Insel so hier noch ein paar Fässer zerfahren auf dem Weg ist das schon unsere Heimat Insel? ja das ist unsere Heimat Insel das ist sehr schön wir sind einfach schon da brauche ich diesmal nicht großartig zu schneiden was haben wir denn hier einen grünen Pfeil da lege ich mal glatt an da lege ich mal glatt an ja müssen wir erstmal Silent Britta besorgen da können wir hier eine Insel bauen äh ne Quatsch eine Mine bauen aber gut merken wir uns und schon mal dass da ein guter Platz für eine Mine ist gut ich mache jetzt mal was verrücktes da hinten ist unser Haus eigentlich können wir auch im Haus schlafen aber ich will hier mal kurz was probieren wenn wir den Sack eh schon dabei haben wo wir unseren Schlafsack haben wir keinen Schlafsack mehr oder was haben wir keinen Schlafsack mehr oder was dann können wir den hier nicht einsetzen das wäre ganz logisch Pücken drücken rechts ich stehe auf dir können wir hier schon ernten oder was so schlafen Hammer verstärken das wollte ich gucken Werkzeuge Hammer verstärken ok das geht hier nicht vielleicht geht es bei der Dame ähm nicht bei der Madame sondern bei der bei der Schmiedin im Dorf ok 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 wie können wir unser Hammer verstärken lassen ich fürchte jetzt da müssen wir ins Dorf zurück ja was machst du denn hm wir können vielleicht hier schon ernten das wäre nicht schlecht können wir auch nicht aber gießen können wir es gerade mal eben so mal ein bisschen hier das Feld bewirtschaften das muss auch sein mit dem ganzen Abenteuer so dann würde ich sagen zurück guck 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 mal wie wir unseren Hammer verstärken können und das kommen wir ja gerade nicht weiter beim Vulkan brauchen wir stärkeres um unseren Hammer zu verstärken wir brauchen einen stärkeren Hammer um das Metall abzubauen na dann auf nach Pellis Trees da müssen wir gleich meine Schmiedin fragen ob sie uns da weiterhelfen kann vielleicht kann sie das ja habe ich keine Flaschen zum Auffüllen das ist schlecht so auf zerschmieden hier wohnt er ganz in der Nähe vom Elite nicht in der Nähe vom Boot aber in der Nähe vom Elite hier drüben mal jetzt mal zu ihr hin na komm Ich kann die mit... Können wir mit dir reden. Wie läuft es mit deiner Aufgabe, Kleiner? Aufgabe? Achso, die Mine anzubauen. Läuft. Werkstatt. Okay. Kopfkratz. Wenn wir hinten einmal verteilen können, weiß ich auch noch nicht. Können wir hier entkaufen oder so? Andern. Okay, ne, egal. Die bricht man auf jeden Fall. Wir haben aber nichts. Schlüssel. Ich weiß nicht, ob wir den Schlüssel noch mal irgendwo für brauchen. Ich verkaufe das Rohkupfer. Ich hoffe, das brauchen wir nicht noch irgendwo für eine Quest brauchen wir das vielleicht noch. Holz und Steinköme verkaufen. Ja, hier wird ein bisschen geklickt. Gleich mal wieder tausend zusammengerottet. So was brauche ich. Rohsilber? Brauche ich bestimmt für den Hammer. Goldbarren. Nägel bräuchte ich. Ich weiß nicht, wie viele, aber... So erstmal... Okay... Papierboot. Silberhammer. Da brauchen wir Hölz und Kupferbarn. Zwei Kupferbarn brauche ich nur. Zwei Kupferbarn. Und Holzkümmer fällen. Sehr gut. Na dann können wir den Nustuch verstärken. Nur mal glatt hier machen. Oder? Können wir das nicht? Holz brauchen wir sowieso erstmal noch. Also zurück auf die Insel. Ja, aber ich sag gleich mal an dieser Stelle. Däumchen nach oben sollte sich gefallen haben. Lasst ein Abo da mit Neuseits. Wenn ihr uns den nächsten Part nicht verpassen wollt. Und ja, weil der Part schon zu Ende ist. Zu schnell geht die Zeit. Wenn ihr Spaß hat. Ja, dann verstärken wir am nächsten Part den Hammer. Und schauen wir mal, wie wir ein bisschen merkwürdiges Metall für den Elite abbauen können. Und wie wir mit den Quests weiter vorankommen. So sieht es aus. Ich habe es noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.